Und wir verlassen die Autobahn wieder. Das heißt, da vorne taucht das 300 Meter Schild auf. Da machen wir dann den Blinker an. Beobachten das weiter, auch im Innenspiegel immer mal. So, jetzt 100 Meter, jetzt machen wir den Schulterblick. Gehen dann rechts rüber, verlangsamen erst hier auf dem Ausfädelstreifen. Und wir sehen, vorne ist eine Rampe, aber eine relativ kurze Rampe. Das heißt also, wir gehen in den fünften Gang, bremsen und nehmen den vierten Gang. Gehen dann den dritten Gang und oben vor der Kreuzung dann den zweiten Gang. Lassen die Kupplung los, lassen das Auto alleine fahren, achten auf den Radweg, achten links auf Autos. Keine Dank, machen rechts einen Schulterblick. Und auch jetzt haben wir es mal wieder geschafft.